Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity Dead Kings. Wir gucken uns mal hier was Neues an. Ist nicht irgendwas mit dem Außenposten und so? Will ich mal sehen, was das hier eigentlich ist? Arno! Hallo! Was geschieht hier? Arno! Hallo! Lass mich durch! Akzeptieren! Alles Gute, Bürger! Die Offizierer töten, die um den Außenposten befreien! Okay! Was war das? Arno! Mach's weg! Welche Freude! Welche Freude! Auf unserem Frieden? Arno! Das ist seltsam! Oh! Oh! Und... Und... Aufschlagen! Bäm! Hab das Glück da war das nicht gebrochen! Äh... Das werden wir deinesgleichen nicht vermissen! Äh... 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 Ich bilde mir doch nicht so... Das ist ja... Das ist ja... Oh! Da bist du ja! Ja... Kommt nur alle Einzelte her! Zack! Ja... Ja... Dämm... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Richtig feige... Aber ich hab getroffen. BAM! Nö. Hier ist niemand. Aber wisst ihr was, ich steh nicht so auf schwere Waffen. Ich ändere das mal wieder ab. Weil dann hab ich auch wieder meine eigentliche Waffe wieder. Auch wenn das mit der Mörser verdammt geil ist. Boah, wie viele Waffen ich hier schon freigeschaltet hab allein dadurch. Hör dich. Wir haben einfach das Innenschwert, dagegen kommt man einfach nicht an. Ja. Ist einfach so. Es liegt nicht an dir, es liegt daran, da ist der Stellschutz für mich ab. Da bist du ja! Du verlierst dein Tempo, toter Mann! Oh! Wir entkommst du nicht! Ähm, doch. Ich würd schon sagen. Oh, das war zu schnell. Hier liegt aber gar keiner mehr. Oh! Oh! Und weg damit! Ich mag es nicht! Ich mach dich. Jetzt nur reingehen. Und reingehen. Ich geh nicht an. Ah! 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 Und! Weg mit dir! Ah! Na los! Facken! Alle nacheinander weg damit! War schwer, nennt mich auch Bastard! Du kleiner Bastard! Wow, wie der da haben wir ganz gut, Alter! Was wie der da? Hab ich auch nicht vor! Alter! Haha! So, weg damit! Verdammt, ich kann aus dem Gebiet nicht fliehen, von der Seite! Ist ja kacke! Verdammt! Na, das reicht aber auch schon aus! Du brauchst nur noch einen Nimmers werden! Und das hab ich auch geschafft! Schön! Es hat was! Ist recht cool! Mach ich auf jeden Fall die anderen auch noch! Ne, zwei sind's noch, ja! Muss ich sagen, so viele sind's ja nicht, aber da kommt noch was! Und was war das? Als was hat das gezählt? Okay, die zählen als gar nix! Hm... Ja, dann machen wir mal gleich das Recht für alle! Mal sehen, wer sich da umgebracht hat! Äh, ich meine natürlich, wer, wer ihn umgebracht hat! Na du? Natürlich, eine Frau! Hm... Okay! Na okay, sie wurde mit einem schweren, äh, Gegenstand erschlagen! Ähm, ihr Gesicht ist total zerquetscht! Alles klar! Du hast alles gesehen? Kanntet ihr das Opfer? Sie war eine Freundin! Wir wollten der Revolutionsarmee beitreten! Da hab ich sie gefunden! Wart ihr allein? Als ich ankam, rannte jemand weg! Er trug eine Soldatenuniform! Nein! Ah, da, da liegt noch was! Ein... Brief! Momenten einschreiben zum Beruf! Sie hat ihn hintergangen! Oh, da! Da ist er letztendlich was! Libris, hm? Wow! Auf zum nächsten! Und, wie viele Gebiete sind das? Wie viele Gebiete sind die? Okay! Okay! Das will er mir nicht zeigen! Ist ein bisschen scheiße, aber ist okay! Ist okay! Ist okay! Ähm, äh, äh, äh... Ist doch egal! Jetzt weißt du... Mann! Ich geh mal hier hoch! Schau! 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 Mal hier hoch! Lassen Sie sich das raus! 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 getreten hatte die Mordwaffe die Tatwaffe Mama 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 Aha Aha Noch Da hat's jemand wohl hinter Frauen her so ein Wichser so jetzt zum letzten Gebiet auf zum... ach ich geh oben hin Ah seh ich doch gleich mal was da war ich nicht zu schnell dieses weite Foto von... kaum lesbar die Seite handelt von Frauen die ihre vermeintliche Rechte verlor also jemand der was gegen Frauen hat da wären wir auch überhaupt nicht selber drauf gekommen war die letzte Nacht auch hier warum? eine Soldatin wurde ermordet und ihr seht aus wie der Mörder ich war's nicht ich war die ganze Nacht in der Schenke warum sollte ich Soldatinnen morden? ich will doch selbst zur Armee aber er hat ein Musikstück sehr interessant sehr interessant hmmm die seite wurde hast du kommentiert muss dieses dennoch finden ach so ein aufruf für die frauen alles klar alles klar den mörder finden wer würde denn eine frau schlagen so was macht doch keinen spaß die welt gehört den männern diese libertinen müssen aufgehalten werden ich dachte ihr seht das so wie ich doch ihr seid schlimmer als diese frauen ich bin bei dir ach so hier kann ich ja nicht einsperren hier muss ich ihn töten woher kann ich ihn nicht töten ich glaube der ist nicht gewollt ich versuche mal vielleicht war es ja nicht der mörder und das ist jetzt die strafe dafür dass er mich angreift würde zumindest passen deswegen beschuldige ich einfach den hier mit der hoffnung dass hier niemand ist war ich jetzt richtig und er hat jetzt hat sich jetzt recht mit dem und ich kann einfach nicht töten und ich habe ihn verpackt oder hier muss ja auf jeden fall noch einer gammeln genau hier gammelt noch einer der kreis die kreis verpackt das ist natürlich geiler Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Ich hoffe mal mit dem Neustart kriege ich das alles wieder hin Bis dahin, ciao